Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, wir wollen uns heute zusammen die My Little Box für Juli, August, die Sommer My Little Box anschauen. Die ist jetzt dieses Mal für zwei Monate. Ich würde jetzt normalerweise sagen, ich bin schon mega gespannt, was drin ist. Aber ich gestehe, ich konnte es diesmal nicht abwarten bis zum Video. Die kam nämlich gestern und dann habe ich aus den Augenwinkeln schon gesehen, ach, die Frühlingshohliebe, meine liebe Alina an dieser Stelle, ich grüße Sie sich ganz herzlich, die hat gleich einen Stream daraus gemacht. Und ich glaube, wir hatten noch genau Frankas Favorites, hat es auch schon geunboxed und Claudis Welt habe ich heute gesehen, das ist das Video. Und irgendwie konnte ich mich gestern aber nicht zurückhalten. Ich wollte unbedingt wissen, was bei mir drin steckt und was da so abgeht. Und die ist echt gut, die Box. So viel kann ich schon mal vorneweg sagen. Also diesmal hat sie mich echt, also richtig, richtig, richtig gut. Aber bevor wir jetzt all detail zusammen da reinschauen, was da denn tatsächlich alles drin steckt, an dieser Stelle nochmal ganz kurz mein Sprüchlein. Ich freue mich total, wenn ihr Bock habt, mir vielleicht ein Abo dazulassen. Mich unterstützt ihr damit und für euch ist das Ganze kostenlos. Und wenn ihr Bock habt, aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Und ihr wisst ja, ich habe immer wieder spannende Unboxings, Gewinnspiele etc. Und ja, dann würde ich mir sagen, wir schauen uns dieses hübsche Teilchen mal an. So sieht das ja aus. Ihr habt das im Thumblay schon gesehen. Das ist quasi so eine, ja, so eine Dash, eine Dash wollte ich sagen. Das ist so eine kleine, ja, Necessaire Reisetasche. Kann man wahrscheinlich auch nehmen für eine eine Übernachtung, glaube ich, kriegt man da alles gut unter. Also für so einen Kurztrip könnte man wahrscheinlich auch nur das nehmen, ja, so einmal eine Runde Wechselklamotten und gut, das könnte wahrscheinlich da reinpassen. Und ja, dann wollen wir mal zusammen schauen, was da drin steckt. Und, ähm, also dieses Mal ist ja so, wie ist das denn? Also es sind die doppelte Zahl an Beauty-Produkten wohl drin und die doppelte Zahl an Accessoires. Und ich mache gerade mal auf einmal so und halte mal hier so in die Kamera. Und ihr seht, das ist schon, es strahlt einem schon so fröhlich entgegen. L'Ancel ist ja irgendwie auch so eine feine Pariser französische Taschenmarke und das merkt man auch wirklich, dass es hier echt schön hochwertig gearbeitet hat. Ein schönes Futter, einen guten Reißverschluss. Das ist sehr liebevoll, ähm, sehr nett detailliert gemacht. Und bevor wir uns, ähm, die, die ganzen kleinen Details, die da noch drin stecken, anschauen, die Accessoires, etc., dachte ich, schauen wir zuerst mal, äh, die Beauty-Sachen an. Es ist natürlich auch eine kleine Info wieder drin. Ist relativ, äh, übersichtlich gehalten. Und es sind auch, ähm, tatsächlich gar nicht, äh, die Preise sozusagen genannt. Ist ja bei der My Little Box oft so, dass die da gar nicht drin stehen, äh, oder nur in Teilen. Und es sind jetzt auch gar nicht irgendwie alle Beauty-Produkte aufgeführt. Aber da würde ich euch jetzt so ein bisschen auch auf meine YouTube-Kolleginnen, die das ganz fröhlich schon recherchiert haben, verweisen, eben auf Franka. Könnt ihr da mal gucken, die hat Preise recherchiert und Claudi auch. Die hat auch schön, äh, alle Produkte nochmal bei sich verlinkt. Also könnt ihr da nochmal reinschauen. Ähm, und ich dachte jetzt, wir gehen die einfach jetzt mal zusammen durch. In diesem hübschen Täschchen sind die ganzen, äh, so rum, sind die ganzen Beauty-Produkte drin. Schaut echt auch super nett aus. Also das ist ja auch wirklich irgendwie so eine nette, kleine Größe, um wirklich, wenn man so einen Kurztrip hat, dann kommt man echt mit diesem Ding, kann ich es mal da hinlegen? Sieht man es auch so ein bisschen? Super, äh, so. So, genau, dann seht ihr es im Hintergrund. Damit kannst du ja echt, also wie gesagt, für so einen Tagestrip, glaube ich, reicht das völlig aus. Oder auch zwei Nächte vielleicht. Und dann kannst du da deine Kosmetik quasi reintun. Und dann schauen wir mal, was da drin steckt. Und das Erste, wo ich echt schon gleich umgefallen bin, was mich gleich angelacht hat, ist hier von Clinique einer von diesen Cheek Pops. Ich habe den Black Honey Pop. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube, die Franke hatte eine andere Nuance. Also ich habe die Nuance Black Honey Pop. Und, ähm, ja, große Klinikliebe hier. Gerade die dekorativen Sachen finde ich toll. Und der ist, wow, okay, der ist sehr, sehr schön. So sieht das aus, durchsichtig. Und dann habt ihr dieses entzückende Blümchen quasi, ja, diese hübsche, ja, quasi wie Marguerite. Und, ja, Black Honey Pop. Das ist Black Honey Pop. Ähm, was da Honey ist und was da Black ist, keine Ahnung, aber so heißt der. Und, ach, ich finde den echt wahnsinnig schön. Da will man gar nicht rein tippschen. Ich werde den jetzt nicht swatchen. Das ist halt echt auch sowas, ähm, ja, also sowas finde ich halt auch immer wahnsinnig schön zu verschenken, weil ich auch viele habe, die sich über Clinique total freuen. Und da muss ich mal gucken, weil ich habe so wahnsinnig viel Blush in Verwendung. Und das ist tatsächlich auch ein Ton. Also ich glaube, mir wäre der, ja, ich glaube, mir wäre er fast ein bisschen dunkel. Ich würde ihn wahrscheinlich eher wieder als Lidschatten verwenden. Ich habe ja heute auch wieder so einen schönen rötlichen drauf. Da würde er auch gut zupassen. Aber ich glaube, als Rouge ist er mir fast einen Tick zu dunkel. Ne, aber sieht echt super schön aus. Wirklich. Und die kosten ja auch, die kosten ja auch schon eine Stange, gell? Also super Sache. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Auch wenn ich ihn eventuell weiter schenke. Aber es ist ja auch eine gute Sache. Dann haben wir da drin, und das hatte ich irgendwie auch, ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwann drin. Ich weiß gar nicht, ob es eine Handcreme war oder was es war. Aber von Merci Handy hatte ich auf alle Fälle schon mal was in einer My Little Box, glaube ich. Und das ist die Love & Handcreme. Hello Sunshine. Also auch irgendwie echt ein süßes, gute Laune Produkt. Und so eine kleine Handcreme ist doch fein. Und ich glaube, hat die auch so ein Desinfektionszeug mit drin? Oder nee, weiß ich gerade gar nicht. Steht jetzt auch nur Handcreme drauf. Egal. Also auf alle Fälle so eine nette kleine Handcreme ist ja auch eine schöne Marke. Und ja, also über sowas freue ich mich ehrlich gesagt eigentlich immer. Es ist echt, es sind diesmal ja genau sechs Beauty-Produkte. Dann ist, und das finde ich auch eine feine Sache, von La Roche-Posay auch eine Marke, die ich sehr, sehr schätze und mag. Eine schöne Apothekenmarke. Hier aus der Tullerian-Serie gibt es da ja auch für Sensibelchen hier eine schöne Mascara. Mascara Multidimensions. Allergy Tested steht hier noch. So ein richtig schöner schwarzer. Ich mache mal kurz, ich zeige euch mal kurz das Bürstchen. Das ist das Bürstchen dazu. Also ja, eine schöne, schöne Größe. Ja, denke ich kann man gut mit zurechtkommen. Ich hatte jetzt von dieser, von der, von La Roche-Posay, glaube ich, hatte ich sogar schon mal eine Mascara. Da kann ich mich jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig erinnern, wie ich die fand, ehrlich gesagt. Ist aber eine schöne Größe auch für unterwegs. Und habe euch ja, also keine Ahnung, ich finde es manchmal ganz praktisch, diese Minis zu haben, weil ich finde, ich verbatze mich weniger mit so Mascara-Proben, weil eben dieser Start nicht so lang ist und ich das irgendwie kontrollierter führen kann. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich die langen, wisst ihr, was ich meine? Und dann, wenn es so lang ist und dann mache ich so, habe ich immer so das Gefühl. Und so bin ich schön direkt nah dran und habe es besser unter Kontrolle, bilde ich mir ein. Mal sehen. Also auf alle Fälle freue ich auch ein Produkt, über das ich mich freue und das ich gerne ausprobieren werde. So, das waren schon mal die drei. Dann ist was drin. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das für die Haare. Und zwar ist das ein Anti-Pollution Purifying Mist von der Marke Chloran. Ja, Laboratoire Chloran. Und ja, also, was steht denn da? Das ist für Haare und Kopfhaut und einfach quasi, ja, Pollution Exposed Hair. Ja, also einfach so ein frisches Spray wahrscheinlich. Ich finde das Format irgendwie ganz lustig. 10 ml. Ja, also zum Ausprobieren völlig okay. Und ja, also haut mich jetzt nicht irgendwie vom Hocker, aber finde ich völlig nice, dass es da drin ist. Total okay. Okay, so, ich dachte im ersten Moment, das ist irgendwie so ein Desinfektionsspray, so ein Mini und habe mich schon gefreut. Aber dann habe ich festgestellt, nee, das macht mir nur meine Haare sauber. Und dann habe ich gedacht, na gut, also, aber das ist auch in Ordnung. Dann ist noch ein My Little Beauty Produkt auch drin. Pretty Drops Serum Eklat, finde ich wieder sehr süß gemacht. Da ist Acerola und japanisches Cedan Extrakt drin. Und das ist ein Radiance Serum, also so quasi ein Glow, ja, frische Radiance, schöne Ausstrahlung, Strahlkraft. Also für einen strahlenden schönen Tint. 15 ml sind da drin. Von Serum eine okay Größe, würde ich sagen. Und ja, muss man echt mal probieren. Aber wisst ihr was? Ich hätte jetzt irgendwie Bock, ich glaube, das testen wir jetzt gleich mal zusammen. Das interessiert mich jetzt, wie das riecht und wie, das ist relativ lustig. Es riecht ein bisschen, fast ein bisschen männlich, lustigerweise. So ein bisschen herb. Wir machen mal hier den, ich droppel mal, dass ihr seht, das ist relativ flüssig für Serum. Normale sind hier so ein bisschen, wobei, also es ist irgendwie flüssig, wässrig, wollte ich sagen. Ich gebe mal kurz auf, wartet mal, ich tue mal die Pipette wieder rein, weil sonst tropfe ich hier alles voll. So, Momentle mal. So, Momentle. Es riecht eigentlich so ein bisschen, also ich finde es nicht schlimm, aber irgendwie lustigerweise, riecht es eher so ein bisschen nach Rasierschaum oder Seife für ältere Herren. Ich finde mal, also mein Opa hat manchmal so gerochen, was ich jetzt gar nicht schlimm finde. Also es ist irgendwie so frisch, ja. Es verfliegt ja bestimmt auch schnell. Also ich trage mal auf und, aber so, also sobald man es aufgetragen hat, es zieht auch super schnell weg, hinterlässt, finde ich, auch ein schönes Hautbild. Und sobald man es aufgetragen hat, ist der Geruch auch schon irgendwie verflogen. Also es ist nur so, nee, jetzt rieche ich eigentlich nichts mehr, fast nichts mehr. Ja, also, ja, ach, ja, also ich probiere es gerne mal. Also 15ml hat man ja auch relativ schnell leer. Okay, und dann, und jetzt passt auf, Leute, und dann ist noch was drin gewesen. Ich habe gesehen, bei meiner lieben Alina, bei der Frühlingsholina und bei der Claudie, ich weiß gar nicht, was Franka drin hatte. Doch, ich glaube, alle drei hatten dann nämlich noch von Barbour einen Lidschatten. Und darüber hätte ich mich nur so mittel gefreut. Der sah zwar schon ganz schön aus, aber halt so ein Monolidschatten und auch diese, ich glaube, diese Art, so eine Art Magnetik-Mono, also, und auch so eine ganz dunkle Farbe. Da habe ich, und da habe ich mich jetzt so gefreut, weil da habe ich echt, also finde ich, ich habe echt Glück gehabt, weil ich hatte nämlich von Barbour, passt auf, BÄM, so ein völliges Highlight-Produkt. Hier einfach mal eine fette Originalgröße, 50 ml, von einer ganz normalen Barbour-Gesichtspflege. Und diese Dinger, die kosten immer so, je nachdem, wo man es bestellt und was für Rabatt etc., aber die kosten so zwischen 40 und 60 Euro. Ich glaube, den günstigsten Preis ist so um die 40 Euro. Aber wie gesagt, mit, dann kommt noch Versand und sonst was drauf. Also echt ein hochwertiges, tolles Produkt. Allerdings, genau das, so wie auch den Lidschatten, den die Mädels drin hatten, das sind halt tatsächlich Produkte, die jetzt quasi bei Barbour rausgegangen sind, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also ich habe das zum Beispiel, haben die schon gar nicht mehr auf ihrer Website sozusagen, also kein Bild mehr oder so. Ich glaube, da ist einfach, das ist quasi die Linie gelauncht worden. Also es gibt schon noch Skinnovage, aber halt, die heißen jetzt irgendwie anders, die Produkte so ein bisschen, also die einzelnen Cremes. Was ich jetzt nicht schlimm finde, heißt natürlich, dass die schon ein bisschen älter sind, aber es ist ja irgendwie bei Kosmetik immer so, wenn die gut gelagert ist und wenn die OVPs original verpackt, dann passiert da eigentlich nicht so viel, ja. Und da habe ich mich echt total gefreut, weil es ist einfach eine richtig schöne Barbour-Cremes, sind ganz, ganz toll. Die ist ja auch noch für trockene Haut. Das ist jetzt aber tatsächlich was, was ich, also was jetzt im Sommer, tatsächlich wird auf keinen Fall im Sommer zum Einsatz kommen, die wird für den Herbst aufgehoben. Das ist, was ist denn das noch genau? Ich kann euch noch mal ein bisschen was verraten. Das ist eine exklusive 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut mit Arganöl und alpine Stammzellen stecken da noch drin. Na, das ist doch mal eine Ansage. Und ich finde es ja immer so nett, wenn die dann so ihren Wirkstoffen immer noch so lustige Namen geben. Hier ist noch Osmotec drin, ja. Das steigert die Hauthydration. Na dann, also für trockene und schuppige Haut, also schuppige Haut habe ich jetzt nicht, aber im Winter habe ich schon echt trockene Haut. Und da werde ich die sehr gerne benutzen, weil ich, wie gesagt, großer, großer Fan von Barbour bin. Apropos Barbour, auf Emotion.de, also Emotion wisst ihr ja, da arbeite ich bei dem Magazin Emotion. Und auf Emotion.de haben wir gerade ein richtig cooles Barbour-Gewinnspiel. Also ich könnte es euch eigentlich mal unten verlinken. Ich mache euch mal den direkten Link unten rein und dann könnt ihr da mal drauf gehen. Und wenn ihr Bock habt mitmachen, da wird gerade die ganz neue Serie sozusagen verlost, die jetzt gerade frisch auf den Markt gekommen ist. Die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ich glaube, Dermasens. Heißt sie Dermasens? Ich glaube, weiß ich es auswendig. Nein. Auf alle Fälle, ich verlinke euch unten, dann könnt ihr da mitmachen. Ich habe mich so krass über die gefreut. Ja, das hat so, also ich finde, ich meine Leute, hallo, dieses Klinkteilchen und diese Barbour-Creme, da habe ich die Box doppelt drin. Also die hat jetzt natürlich, die kostet ja normalerweise 17,90. Jetzt hat es irgendwie 34,80, glaube ich. Ja, kopfrechten Champion gekostet. Und es sind aber auch einfach die doppelten Sachen drin. Und Beauty ist ja auch nicht alles, was drin ist, weil, oh Gott, das wird echt ein ewiges Video. Es ist ja nicht nur Beauty drin. Wir haben ja hier noch allerlei Accessoires, die wir uns anschauen wollen. Und jetzt mache ich mal die linke Seite von dem Dashler auf. Und als erstes hole ich diese kleine Schachtel raus. Oh Gott, das ist so hübsch gemacht. Ich liebe ja diese. Es macht einfach wirklich gute Laune. Und da, und da habe ich ein bisschen gelacht, weil ich dachte im ersten Moment, ah, haben die vielleicht hier einen Mund-Nasen-Schutz reingepackt? Nein, aber ich glaube, wahrscheinlich einfach hat auch keiner Bock mehr immer alles Corona und Mund-Schutz. Sondern hier ist so eine schöne Schlafmaske. Schlafmasken tatsächlich verwende ich nicht. Ich habe immer eine Selektion da, weil die hat man öfter mal in so Presse, so in so Goodie-Bags und in irgendwelchen Presse-Aussendungen mit drin. Ich verschenke die aber sehr gerne weiter. Und ich habe auch ein paar Leute, die die gerne benutzen. Und das ist ja ganz süß. Oder ich mache da irgendwie so eine lustige Maske für meinen Großen draus. Da könnte ja auch sein, dass der das witzig findet. Mal gucken. Also trotzdem völlig okay. Ich hätte mich jetzt tatsächlich sogar auch über den Mund-Nasen-Schutz gefreut. Aber wahrscheinlich war die Coop schon lange vor Corona angeleiert. Insofern. Aber sehr süß. So, dann. Und damit kann ich sehr viel mehr anfangen. Das werde ich jetzt auch direkt diesen Sommer ganz viel tragen. Tresor de Sable. Dein romantisches Bijou für einen endlosen Sommer. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil das finde ich so entzückend. Das ist ein Halskettchen. Ja, Halskettchen ist es, ne? So sieht das aus. Hier mit so ein bisschen Muschelchen. Und ich habe mir gedacht, ich ziehe gleich mal eine meiner Lieblingsketten dazu an. Weil die waren nämlich auch in der My Little Box drin. Ich weiß nicht, ob ich euch noch erinnern könnte. Es gab doch mal diese Horoskop-Box, ne? Vor einem Jahr ungefähr. Und lustigerweise ist das, das ist natürlich derselbe Hersteller. Hat auch dieses selbe gepresste Goldplättchen sozusagen. Aber den trage ich wahnsinnig gern. Und den werde ich auch auf alle Fälle sehr, sehr gern tragen. Diesen Anhänger. Super hübsch. Ja, also damit, also die Box trifft echt total meinen Geschmack. Ich finde auch dieses Orange-Aprikot-Gelb, das finde ich so schön, dieses Muster. Dann auch noch drin, also es ist echt sehr, sehr coole Sachen. Da freue ich mich sehr, weil ich wollte mir sowieso mal welche zulegen. Das sind quasi wiederverwendbare, das könnte in diesem Säckchen sein, das Stecken. Passt auf. Drei wiederverwendbare Abschmink-Pads drin, so aus so ganz feiner Baumwolle irgendwie. So, die kann man bestimmt, ich denke mal, die kann man auch kochen wahrscheinlich. Wollte ich mir eh mal welche zulegen, finde ich super. Hat mal gleich so das Täschchen auch noch dazu, damit die nicht so rumfliegen. Weil das auch, glaube ich, eine gute Handytasche ist. Oder? Oder, wobei, das ist ein bisschen groß für Handytasche, aber die ist orange, ne? Mal gucken. So, und dann, es hört immer gar nicht auf, und dann ist ein witziges Teilchen drin und das finde ich auch super. Tada! Süß, ne? Das ist so ein Haarband einfach und da haben die noch in diesem kleinen Infoblatt sozusagen, steht da noch Arten, wie man dieses Haarband tragen kann. Das zeige ich euch auch nochmal. Könnte man eigentlich auch nochmal ein Video daraus machen. Erinnert mich so ein bisschen an dieses, äh, da gab es auch schon mal so ein, so ein, äh, war das auch letztes Jahr? Da habe ich dann auch so ein, das habe ich auch in meinem Retro-Video verwendet. Da gab es auch mal so ein Haarband, aber nicht schon so mit Gummizug, sondern zum quasi festen Binden hinten. Ja, Flower Power Lady, Accessoire Queen, die Praktische, etc. Insgesamt muss ich echt ein ganz, 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 ganz großes Lob ans My Little Box Team, ähm, aussprechen. Ich, äh, übrigens an dieser Stelle, ich kooperiere nicht mit denen, ich kriege da nichts gestellt oder so. Ich, äh, habe einfach selber die Box im Abo. Ich hatte auch eine Zeit lang pausiert, weil ich dann irgendwie mal, weiß ich nicht, hatte ich, war ich dann ein bisschen übersättigt eine Zeit lang. Und bei irgendwas haben sie mich dann aber wieder gecatcht bei irgendeinem Angebot. Und nix war das, ich weiß es gar nicht, was es war. Auf alle Fälle habe ich dann halt wieder ein Abo abgeschlossen. Und jetzt schaue ich einfach mal. Also im Moment macht sie mir großen Spaß und ich freue mich schon immer, wenn sie kommt. Und im Moment sind auch richtig geile Sachen drin. Also gut investiertes Geld und es macht mir großen Spaß. Und die hat mich echt, also die ist wirklich geil, die Box. Ich weiß gar nicht, ob man die noch, wahrscheinlich kriegt man die auch, kann man die jetzt auch noch bestellen oder kriegt man noch die. Wenn man jetzt abonniert, kriegt man noch die Sommer, Juli, Sommer, August Box logischerweise. Also wenn es euch gefallen hat, dann genau. Und ich hatte halt, ich finde halt, ich hatte echt Glück mit dieser Creme, weil das finde ich ganz geil. Also wie gesagt, über den Lidschatten, der ist bestimmt auch ganz gut und so. Aber ja, also so eine Creme in Originalgröße ist schon besser. Also finde ich. Ja, es ist heute völlig verrückt hier mit diesem Licht. Ich sage es euch, ich habe den ganzen Tag irgendwie gewartet, dass so ein bisschen freundlich ist. Was auf einmal, gestern war mega Sonne, dann heute hat es, dann gestern Abend hat es schon angefangen zu schütten, den ganzen Tag geschüttet. Irgendwann hat es heute aufgehört, dann war es so grau. Dann dachte ich, okay, jetzt kannst du eigentlich nicht Video machen. Und dann zog es so ein bisschen auf und jetzt auf einmal hatte ich das Licht alles eingestellt. Auf einmal brennt hier die Sonne so rein und ich bin jetzt hier völlig komisch belichtet. Aber naja, egal. Hat überhaupt nichts mit meiner Littlebox zu tun. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Unboxing. Schaut auch gerne bei den anderen Mädels rein, die sie geunboxt haben. Ich gucke mir das auch immer gerne an von anderen, wie die sie so fanden. Und ja, also von mir kriegt ihr einen Daumen nach oben, die Box. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder hier auf Kandis Kosmos. Tschüss! 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 Tschüss!